Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein aller fienster Dräum. Mein aller wakraste Dräum. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Sie leben alle glücklich und glücklich. Sie leben glücklich und glücklich. Sie leben glücklich und verlieren glücklich. Sie leben glücklich und schade. Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch lange. So lebte der Glück, in aller Sinada. Medetasi, medetasi! Untertitelung des ZDF, 2020